Herzlich Willkommen und schön, dass ihr da seid. Also ich muss kurz was sagen. Der Song heißt ja, nimm die Beine in die Hand, mach die Augen zu und dann tanz, tanz, tanz. Das Problem ist, ich hab gesehen, da hat sich gerade irgendeiner dabei hingelegt. Wo? Echt? Geht's Ihnen gut? Ja, ist ja nicht sehr ungefährlich. Ja, aber wenn man es so sagt, nimm die Beine in die Hand. Versuch's mal, zieh auf der Bühne. Beide. Mach die Augen zu. Ja, eins krieg ich noch. Ja, beide. Nee, dann fall ich auf den Arsch. Du bist ja lustig. Ach, also. Doch, jetzt möchte ich einmal in den Schuhen eines Moderators treten. Denn wir kommen jetzt zum nächsten Song. Und der Song ist für mich was ganz Besonderes. Denn jeder hat so seinen Lieblingssong vom Album. Und das ist jetzt mein persönlicher Favorit. Der nächste Titel. Der heißt, ihr macht das. Wir sind Schlager. Und das Besondere an diesem Song ist einfach auch der Text. Nicht nur der Song und der Sound an sich, sondern der Text. Und das kann eigentlich derjenige am besten erkennen, der ihn geschrieben und komponiert hat. Richtig, ne? Ja. Und dann würde ich mal jetzt... Soll ich mal erzählen? Ja. Sag, erzähl mal. Also, der Song heißt, wir sind Schlager. Eigentlich ist ja schon klar, worum's da geht. Und ich saß vor circa drei Jahren im Auto, bin ein bisschen so rumgefahren und hab von Adel Tawil Lieder gehört. Könnt ihr den? Natürlich. Wahrscheinlich, ne? Und Adel Tawil, da hat er Folgendes gemacht. Er hat internationale Hits genommen und hat ihn zitiert. So, und da hab ich mir gedacht, sowas muss man eigentlich mal für den Schlager machen. Das gab's bis dato noch nicht. So, hab mich hingesetzt zu Hause, Abend über Abend, ein Jahr verging, zwei Jahre verging. Drei Jahre verging, wirklich. Ich hab 20 Seiten zusammengeschrieben, dieser Text war wirklich mein Endgegner. Ja, und nachher wurden doch am Ende aber, so, ja, dreieinhalb Minuten Musik draus, eine Seite. Und ich glaube, wir haben ganz tolle Klassiker zusammenbekommen. Darf ich einmal kurz zitieren? Gerne, machen wir. Also, ein Teil aus dem Song, wir schenken dir uns einen Stern, in Tausend und Einer Nacht, haben im Bett im Kornfeld Theater gemacht. Ja, ja. Immer ehrlich, das ist ja nicht einfach so, dass man was reinbringt, ein Zitat aus einem Hit, sondern das muss ja auch noch einen Sinn ergeben zusammen. Und das ist das Schwierige daran. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier weiterquatschen, sag du den Song mal an. Ja, aber Moment, vielleicht zählt ihr hier einfach mal mit, ja, wie viele Zitate wir in diesen Song reingepackt haben. Und wer am nächsten dran ist, der bekommt von uns nachher hier auf jeden Fall ein Poster, okay? So, und ich würde mal sagen, ich sag den Text, äh, oder den Song mal ganz kurz an. So, hier ist der Lieblingssong von Duke, von unserem Album, Tanz, 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 und der heißt, Wir sind Schlager. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.